So, guten Morgen zusammen. Ihr seht ja Level 190. Eigentlich wollte ich sagen, ihr wisst ja, heute neuer Tag, neuer Schock. Aber wie gesagt, mir fehlen jetzt noch 10 Level, dann habe ich Level 200 erreicht. Ihr seht schon, letztes Spiel, was ich gemacht habe, Rette die Welt, habe dann gestern die Ausdauerwelle auf Stufe 30 geschafft. Es gab halt nochmal 5 Level dabei. Also ich denke mal am Wochenende bin ich dann Level 200 im Schluck. Dann ist es auch mal gut mit dem Leveln. Dann werden einfach nur noch Aufgaben gemacht, ganz simpel Fortnite gespielt. Da haben wir eigentlich Quatsch, nicht so viel. Gehen wir direkt rein in den Shop. Ist heute eigentlich nichts Besonderes, denn es ist alles gefühlt schon vor 3 Wochen da gewesen. Also wir gehen schnell durch. Renegade. Dann Manni zurück. Dann das Rückenaccessoire mit der Pickaxe gleichzeitig dabei. Ruby wieder zurück mit der Pickaxe und auch dem Kleider. Dann Adeline wieder zurück, auch Kleider Pickaxe. Dann haben wir Pitstop wieder zurück. Der Sturmraser auch. Die Octaden Pickaxe. Na, Bushrage hat den noch ganz schön gesehen. Aber hier gibt es ja, wieviel Stile hat der inzwischen? Na toll, kann ich wieder nicht gucken. Doch, 5 Stile hat er. Der hat auch gefühlt dann auf einmal jede Woche einen neuen Stil bekommen. Dann das Bastiat Paket ebenfalls noch da. Eissache. Für mich ist das nichts. Keine Ahnung. Dann haben wir ein paar Patrouille. Der Schneider ist auch wieder zurück. Dann Pukki. Entschuldig. Und die Lava-Wippe ebenfalls wieder da. Eissache. Heute halt eigentlich nichts so Besonderes. Das Batik-Team auch wieder komplett zurück. Na gut, die, ja, ja, ich sag ja, ist wieder alles so Geschmackssache. Die finde ich so hässlich. Aber sowas von hässlich. Zumindest meine Grundform. Lässt sich bestimmt was Schönes draus machen, aber auch nicht meins. Dann Assassin's Creed-Paket natürlich noch komplett da. Die anderen Pakete sind auch noch komplett da. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Like da lassen würdet. Gerne meinen Creator-Code eintragen. Y&T-Familic. Ich bin jetzt erstmal raus. Nur eine Runde arbeiten gehen. Bevor Ostern endlich vor der Tür steht. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Dann komm mal hier mit der Tür. Und hinten raus. Bis zum nächsten Mal.